Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich jetzt aktuell auf der normalen Karte stehe. Und zwar liegt es daran, dass ich gestern eine Nachtschicht eingelegt habe, um endlich mal meinen Eingangsbereich ein bisschen zu verschönern. Leider, leider, ich kann euch erstmal die Übersicht zeigen, leider, leider kann ich das Ganze nicht so machen, wie ich es gerne hätte. Aber ich finde, es sieht bisher schon ganz gut aus. Also man kann auf jeden Fall schon mal erkennen, wo es hinführen soll. Und zwar hier dieser Bereich, da war ich ja eigentlich soweit ganz zufrieden mit bisher. Ich weiß nicht, ob ich das so lassen werde oder noch ein bisschen umstellen werde, aber ja, soweit finde ich das ganz okay. Dann hier vorne, der Bereich, der wird entweder ein bisschen schmaler für den grünen Herd, dass ich hier noch ein bisschen mehr Steine hinmache. Ich habe nur leider keine Steine mehr. Ich bin quasi out of stone sozusagen. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich jetzt den Bereich hier noch mache. Aber ursprünglich war eigentlich mal die Idee, dass ich diesen kompletten Bereich hier vorne, dass ich den, ja, wie soll ich das sagen, gleichmäßig mache. Also zum Beispiel jetzt hier entweder in der Mitte im Brunnen rein und dann vier Sachen in den Ecken oder sowas in der Art auf jeden Fall. Da muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Hier vorne unten ist alles soweit geblieben. Also die beiden Häuser, ich denke mal, dass die auch da stehen bleiben. Ich bin mir noch nicht sicher. Bisher weiß ich da jetzt noch nicht so genau, was ich sonst machen soll. Hier den Eingangsbereich habe ich schon mal mühsam so ein bisschen abgesteckt sozusagen. Da soll noch ein paar Verzierungen hin. Da soll vielleicht hier noch eine Bank, da noch eine Bank, so Kleinigkeiten halt. Aber na ja, was soll man dazu sagen? Ich habe halt nicht die Zeit hier immer wirklich den halben Tag zu grinden und das am besten noch jeden Tag. Dementsprechend habe ich halt die Materialien nicht. Und ich weiß auch nicht, ob man die Bank bestellen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, die konnte man nur selber craften. Vorher, falls ihr euch daran erinnert, stand das Haus ja eigentlich hier in der Mitte. Finde ich immer noch optisch am schönsten, aber dann habe ich halt Probleme gehabt, weil wenn ich nach hinten gezogen hätte, also das Haus nach hinten gezogen hätte, hier war ja der Eingang, dann hätte ich hier hinten irgendwie so eine blöde Ecke gehabt, wo ich da nicht richtig rumgekommen wäre. Linksrum zwar schon, aber von der Seite aus müsste man dann immer einmal rumlaufen und so. Und das war auch irgendwie doof. Und ja, hier soll eigentlich auf dem Platz noch ein paar mehr Tische kommen. Also ich denke mal sechs Tische oder so, sodass hier noch ein dritter Tisch hinkommt. Davor dann nochmal drei Tische. Da muss ich mal schauen. Oder ich mache das ein bisschen offener, dass ich das vielleicht hier irgendwo hin mache, weil das da hinten doch ein bisschen eng ist, weil ich halt diese Uhr ja auch noch mitten im Weg stehen habe. Da muss ich tatsächlich mal gucken. Aber so alles in allem gefällt mir das schon recht gut. Das war leider der einzige Weg, den ich mir leisten konnte, weil bei den anderen konnte ich dann immer so ein paar von diesen Dingern machen. Aber das reicht mir natürlich nicht. Also hier liegen jetzt an die zwei, dreihundert Steine mindestens drauf. Also ja doch, dreihundert würde ich sagen auf jeden Fall, weil ich habe ganz, ganz viele gemacht. Irgendwas an die Anfang dreihundert, glaube ich, Wahnsinn. Ich habe halt keine mehr übrig. Und die sind alle hier reingegangen und ich hatte halt schon welche. Ja und der Rest, den kennt ihr ja. Ich habe jetzt den Wagen, der eigentlich hier oben stand, habe ich erstmal provisorisch hier unten hingestellt. Da muss ich mal schauen. Der kommt wahrscheinlich in den Wald mit so einer kleinen Camping-Ecke. Und hier unten muss ich auch mal schauen, was ich da eigentlich mit mache. Das Feld, denke ich mal, wird bleiben. Ich finde es schade, dass man hier diese Teiche nicht verschieben kann. Ja, also da muss ich mir dann nochmal was überlegen. Und wegen den Bäumen muss ich halt mal gucken, dass ich vielleicht die Bäume dann doch auch in einer Reihe und das dann irgendwie zum Schloss oder so, weil das gehört ja sowieso zu die Schöne und das Biest. Also da muss ich wirklich mal schauen, wie ich das tatsächlich hinbekomme. Ach so, und hier diesen Weg habe ich noch ein bisschen verbreitert, damit man hier besser durch kann, weil das war irgendwie so saumäßig eng, dass man da immer, ja, mehr schlecht als recht durchgekommen ist. Ich laufe jetzt nochmal eben ganz schnell mit euch hier vorne zu den Ostereiern. Ich weiß ja nicht, wie lange die Büsche hier noch stehen oder ob die mir dann wieder weggenommen werden. Ich glaube, oh nee, mein Inventar habe ich auch nicht so ganz leer, aber ich hoffe mal, das reicht trotzdem noch für die Aufgaben, weil wir gehen nämlich jetzt natürlich wieder zurück zur Insel der Ewigkeit. Ja, war klar, dass du jetzt auch wieder hier bist. Oh nee, und sobald man dann hier reinkommt, muss man natürlich hier auch noch abernten. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir wirklich leid. Die Hälfte meines Videos wird jetzt erstmal aus Abernten bestehen. Ich merke das schon. Oh, Moment, das habe ich gar nicht mitbekommen gerade. Ich rede zu viel und zu laut. Ich höre das ja alles gar nicht. Ja, und natürlich sind sie wieder weg. Also ich habe es noch kein einziges Mal geschafft, wenn sowas gewesen ist, dass man die Sachen dann wirklich bekommen hat, weil die mal so schnell wieder weg sind. Ja, das ist grausam. Und die sind dann in alle Richtungen natürlich verstreut. Das heißt, man muss dann auch entsprechend in alle Richtungen hinterher. Und wenn man nicht gerade zufällig das Glück hat, dass man sich dabei quasi einmal im Kreis dringen kann, dann erwischt man die halt gar nicht. Das ist halt sehr ärgerlich, aber naja, was soll man machen? Schweinchen, warum stehst du hier? Und warum... Hallo, warum bleibe ich hier an der Wand hängen? Und warum liegt hier etwas? Ja, ist kein Problem, Mirabelle. Manchmal weiß ich die Namen. Und manchmal, wenn ich sie brauche, dann komme ich nicht drauf. Das ist schlimm, ich weiß auch nicht. Okay, ich werde jetzt mal eben ganz schnell ein paar von den Blumen und so weiter hier reinhauen, damit wir ein bisschen mehr Platz im Inventar haben. Oh, die habe ich jetzt natürlich vergessen. Die sollte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Und klar, wenn die uns über den Weg laufen, nehmen wir die natürlich auch direkt mit. Was ich noch machen wollte, ist auf jeden Fall noch den letzten Hallöchen. Das ist unfair. Ja, lauf schon, komm. Wir wollen alle Affen haben und wir wollen alle Affen füttern. Es ist nur blöd, dass ich euch immer dann begegne, wenn ich gerade eine Aufnahme habe. Und wenn ich keine Aufnahmen habe, dann begegne ich euch nicht. Mindestens drei brauchen die, ne? Dann nehme ich die mal. Nehmen wir die Mandeln. Ich glaube, es waren Mandeln. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ehrlich gesagt. So, okay. Für drei Klein-Tier haben wir das auch schon mal abgeschlossen. Perfekt. Was war eigentlich hier unten? Ach nee, da unten war das Wasser, ne? Genau. Dann möchte ich den Bereich hier auch gerne freischalten. Oh, Hallöchen. Ja, Merlin. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Äh... Okay, vielleicht hätte ich es doch lesen sollen. Mach das mal. Du hast Zugang zu den Ruinen erhalten, Gameplayerin. Die alten Steine haben viele Geschichten mit uns zu teilen. Aber nur du kannst sie aufdecken. Und jetzt lauf. Das würde ich gerne, aber ich wollte gerade einen Schluck Kaffee trinken, weil ich gedacht habe, hier gibt es noch eine Animation. Aber es gab natürlich keinen in dem Moment. Okay. Ah, sehr schön, sehr schön. Ich habe mich schon gefragt, ob wir von denen noch neue bekommen. Sehr, sehr geil. Okay, also Blumen und so weiter. Das kennen wir ja alles. Oder hinten ist noch eine Chest. Die nehmen wir natürlich mit. Gucken, was da drin ist. Geld. Na toll. Ich meine, Geld kann man immer gebrauchen, weil die haben ja wohl auch einige Sachen, die sehr teuer sind, habe ich jetzt festgestellt. Aber das ist natürlich nicht unbedingt das, was ich jetzt angepeilt hatte. Wo kommen wir denn hier hin? Nur noch zu dem kleinen Bisschen, oder was? Dafür habe ich jetzt 10.000 ausgegeben. Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Das ist doch nicht normal. Also jetzt fühle ich mich wirklich verarscht. Mit dem Skinner von Eve und der Sanduhr sind wir zu großen Schatzsuchern geworden. Ja, das ist schön. Was nicht so schön ist, ist also der Ausblick. Nee, der Ausblick ist auch nicht so schön, weil da hinten sieht es schon ganz schön aus. Aber ja, also ich bin ganz ehrlich, ich finde es jetzt ein bisschen komisch, dass wir jetzt hier für 10.000 ausgegeben haben und quasi nichts bekommen haben groß. Ich meine gut, das Einzige, was wir natürlich bekommen haben, wahrscheinlich geben wir auch nur dafür das Geld aus, ist dieser eine Busch und die zwei Dinger da hinten. Also die, das ist schon, ne? Das muss man den ja lassen. Das hat man ja schon bekommen. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Und ja, ich weiß, ich weiß. Ihr seid genauso genervt davon wie ich, mindestens. Aber ich muss es halt trotzdem tun. Die Frage ist jetzt nur, wo stelle ich das jetzt noch hin? Moment, ich stelle diesen komischen Altar. Kann ich den da so ein bisschen in den Weg reinstellen? Das nehmen wir mal weg. Das legen wir mal ein bisschen zur Seite hier. Hier, nur damit die Sachen halt erstmal unten sind, ne? Ich mache die auch später nochmal schöner. Ne, das war auf der Seite, ne? Hier ist das. Nur, dass die jetzt erstmal unten sind, damit ich weiß, wie viele das sind. Oder ist auch noch was zu lesen, sehe ich gerade. Was mache ich jetzt mit den Büschen? Stelle ich hier noch einen hin, so. Okay. Wo waren das jetzt? Hier war das, ne? Oh, das nehmen wir direkt mal mit. Mir sind diese seltsamen Star-Tonen aufgefallen. Ich frage mich, wofür sie da sind. Ja. Wer fragt sich das nicht, wollte ich gerade noch sagen. Und dann kriegen wir hier wieder diese Chess-Dinger. Das sind übrigens die einzigen, die ich tatsächlich, ich glaube, bis auf einmal immer bekommen habe. So, du hast wahrscheinlich jetzt keine, ne? Da können wir jetzt nochmal einmal... Was war denn das eigentlich hier? Ach, das waren diese blauen... Ja, 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 ja. Schweinchen, komm mit. Wir haben noch einiges andere jetzt zu erledigen. Und zwar wollen wir jetzt hier nicht alles aufräumen, wobei von den blauen haben wir natürlich sehr wenig. Deswegen nehme ich die jetzt mal in eine mit. Jetzt bin ich am überlegen, da wir jetzt schon so viel Zeit verplempert haben von dieser Folge. Halt doch einfach mal die Klappe. Brief an Antonio. Scheint neugierig auf den Dschungel zu sein. Du fragst dich, warum. Okay. Ob wir die Aufgabe jetzt vielleicht noch dazwischen schieben und dann die Aufgabe von Gaston als freistehende Aufgabe dann zu machen. Weiß ja nicht, wie lange die jetzt dauert. Ich... Ja, komm. Ich würde mal sagen, wir machen die jetzt dazwischen. Sie steht ja sowieso gerade so schön hier und... Ach so, ich dachte gerade da hinten ist was am Leuchten, aber das ist nur die Leuchten. Äh, Entschuldigung. Hallo. Ja, ja, ja. Diesmal helfe ich dir in der Hoffnung, dass deine Quest nicht ganz so lang ist wie die der anderen. Hola, Gameplayerin. Ich möchte etwas Besonderes für meinen Cousin Antonio machen. Kannst du mir dabei helfen? Oh, Antonio? Der mit den Tieren spricht? Wie kann ich helfen? Nun, ich vermisse ihn in letzter Zeit sehr. Daher habe ich mir gedacht, ich schreibe ihm und erzähle von den coolen Tieren auf der Insel der Ewigkeit. Ja! Es wäre aber noch aufregender, ihm Bilder der Tiere zu zeigen, zusammen mit mir. Oh, eine Fotoaufgabe? In der Naturfotografie werden keine Menschen fotografiert, genau. Welche Arten von Tieren mag Antonio? Äh... Oh, er mag alle Tiere. Vögel, Jaguare, Esel, Schmetterlinge, Ratten, Löwen und Tiger. Hm. Die würden ihm gefallen. Aber es gibt eins, das ich auf jeden Fall dabei haben möchte und davon gibt es im wilden Dschungel eine Menge. Du brauchst nichts mehr zu sagen. Das klingt wie ein Job für meine Kamera. Toll! Mir ist aufgefallen, dass es auf der Insel der Ewigkeiten fünf verschiedene Arten von... Was? Chigur... Oh, das muss der spanische Name für Chapibaras sein. Sie sind überall zu finden. Oder Capibaras. Capi wahrscheinlich, ne? Ja! Ja! Antonio liebt Capibaras. Wirklich sehr. Besonders seinen Freund Chipsi. Wenn du ein Foto mit mir... Mit jedem dieser... Och, nee. Mit jedem dieser Chapibaras machen würdest, würde Antonio das bestimmt toll finden. Ja, das ist super. Vor allen Dingen, weil die ja alle zu unterschiedlichen Zeiten in der Gegend herumlaufen. Vielen Dank, dass ich diese Aufgabe jetzt nicht mehr beenden kann. Klar, lass uns zusammen abhängen. Fünf Bilder von Mirabell mit Chapibaras für Antonio. Fokussieren wir uns da drauf. Verstehst du? Weil die Kamera... Ach, vergiss es. Lass uns das machen. Ich hatte keine Vorstellung. Wie weit ich komme? Ja, super. Dann haben wir jetzt eine Quest angenommen, die wir natürlich gerne machen. Die wir aber nicht machen können, weil... Also heute jetzt zumindest nicht. Weil die ja immer alle zu unterschiedlichen Zeiten da sind. Ich liebe diese Spiele. Ja, ich hätte nicht so viel Zeit hier vertrödeln sollen am Anfang. Dann wäre das Ganze wahrscheinlich anders gelaufen. Ich würde sagen, wir starten dann gleich auch noch eine andere Quest. Aber halt nicht die von Gaston, weil ich denke mal, dass die wieder länger dauern wird. Sind die überhaupt hier im Moment? Oder sind die jetzt nur bei dem anderen? Ich laufe jetzt hier wie blöd rum. Der Hain. 12 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags. Die sind also nicht da. 12 Uhr nachmittags. Ach, Moment. Aber den könnte ich rausholen als Begleiter, ne? Ich weiß nur gar nicht mehr, wie das geht, ehrlich gesagt. 12 Uhr mittags bis 12 Uhr morgens. Die meinen wahrscheinlich 12 Uhr nachts damit. Nehme ich mal an. Den ganzen Tag. Also im Grasland. Im Grasland haben wir einen, der den ganzen Tag da ist. Das ist einmal hier durch. Und nach rechts oben. Jetzt bitte nicht weglaufen, Kleiner. Ich zücke hier schon mal die Kamera. Oh ne, ich darf die Kamera nicht zücken. Ich muss hier mal eben schnell was einsammeln. Ich meine, alles andere kann ich liegen lassen. Das ist kein Problem. Aber wie gesagt, hier die Punkte. Na, da man die ja auch immer wieder braucht, um dann was zu bauen. Ist das überhaupt schon das Grasland? Doch, das zählt doch auch dazu, ne? Aber ich sehe ihn hier nicht. Wahrscheinlich ist er dann oben. Boah, wenn man denn hier überhaupt was sehen würde. Da. Da, da. Komm schnell mit aufs Bild, Mirabelle. Los. Oh, Mirabelle, ernsthaft. Ja, jetzt kann man ihn nicht sehen. Ja, toll. Nein, ich will ihn. Hallo? Ja, von mir aus. Ach. Ist das ätzend. Wieso kann man sich hier nicht bewegen? Hallo? Ich darf mich nicht mehr bewegen. Was ist das? Nein. Ach, jetzt rennt der nicht wirklich weg. Oh, Leute. Ganz ehrlich. Ne. Kann man nicht machen. Aber er ist auf jeden Fall hier hinten im Hintergrund zu sehen. Mal gucken. Hat er auf jeden Fall angenommen. Okay. Immerhin etwas. Ähm. Gut. Welches haben wir denn sonst noch draußen jetzt gerade? Also welches wäre jetzt da? Das war der hier, ne? Der ist heute nicht da. Der ist heute nicht da. Ja, haben wir keinen. War ja klar. Ähm. Den. Wie kann man die nochmal als Begleiter machen? Ich habe absolut keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Brettspiel Teilbesuche. War das nicht irgendwie hier drüber? Freundschaft, Energie. Ne, das sind eigentlich nur die... Steuerung. Gameplay? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Also wenn ihr eine Idee habt, beziehungsweise es noch wisst, wie man eigentlich seinen Begleiter einstellen kann, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Wo ist Schweinchen eigentlich hin? Schweinchen ist irgendwie, glaube ich, jetzt sauer darüber, dass ich gefragt habe, wie ich den Begleiter einstellen kann. Schweinchen ist nicht mit da. Schweinchen? Schweinchen, wo bist du? Schweinchen, wo bist du? Hm. Ich habe keine Ahnung. Schweinchen ist nicht mehr da. Aber, ja. Ich weiß es nicht. Wir können auf jeden Fall auch nicht weitermachen mit dieser Quest. Also irgendwie ist das jetzt alles wieder ganz doof gelaufen in dieser Folge. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir noch eine andere kurze Quest machen könnten. Die soll ja jetzt eigentlich zu was ganz anderen hier führen. Du hast eine seltsame Puppe gefunden. Wo könnte sie hingehören? Die würde ich vielleicht ganz gerne starten, dass wir die fürs nächste Mal schon mal hätten. Ich meine, gut, mit ihr können wir ja jetzt sowieso nicht weitermachen und eine ganz neue Quest anfangen. Das können wir eigentlich auch vergessen. Aber mich würde es wirklich mal interessieren, wo Schweinchen jetzt hin ist. Oder, ja, wieso bin ich da jetzt rausgegangen? Oder, ihr habt mir ja schon geantwortet, dass ihr auch gerne mal schaut, was es eigentlich bei Dagobert Duck gibt. Da können wir natürlich auch noch mal gerne reinschauen. Da sollte heute wieder was Neues sein. Ist schon wieder alles ausverkauft hier. Ne, hä? Das sind die gleichen Sachen, die gestern schon drin waren. Ähm, okay. Ja, ist noch alles ausverkauft. Hier gibt es so viele nette Leute. Äh, Wally, warum hast du eine Quest? Aber das heißt für mich, dass du wahrscheinlich die Quest drüben hast und nicht hier. Nö. Ja, ist alles ausverkauft. Es tut mir leid. Da können wir jetzt leider nichts Neues angucken. Was seltsam ist, weil, ähm, ja, wir haben zwar früh am Morgen, aber... Schweinchen! Schweinchen, du bist wieder da! Ja, Schweinchen ist wieder da! Ich freue mich! Und ich weiß immer noch nicht, wie ich dich umstellen kann. Aber egal. Da müssen wir halt zu verschiedenen Seiten hier durchlaufen, wie so Bekloppte. Und dann werden wir mal schauen... Achso, Moment, war der nicht auch hier dringend gerade? Nee. Und dann werden wir mal schauen, wo die Leute... Da ist er doch. Achso, ich könnte da auch importen, ne? Äh, nicht die Leute, wo die... Chabu-Dingsbums-Viecher da, ähm, wo die denn sind. So, mit dir starte ich jetzt nochmal ganz schnell die Aufgabe, damit ich dann nebenbei zumindest die Sachen sammeln kann. Na dann, wir haben viel zu tun. Ich kann nicht mehr reden heute. Es tut mir leid. Es bleibt nicht viel Zeit. Hi Merlin, ich habe mich gefragt, ob dir etwas Seltsames im Tal aufgefallen ist. Oh, ja, selbstverständlich. Die magischen Instrumente in der Bibliothek verhalten sich ungewöhnlich. Sie haben einen Zustrom von Magie im Tal registriert. Magie, die hier schon lange nicht mehr zu spüren war. Meinst du, es könnte etwas mit dieser Matroschko-Puppe zu tun haben? Also, ich weiß, wie man es ausspricht, aber wird es echt so geschrieben, die ich gefunden habe? Hm, das ist gut möglich. Vielleicht versucht jemand Neues ins Tal zu kommen. Vielleicht hat sie Schwierigkeiten, sich vollständig zu manifestieren. Ich empfehle dir dringend, alle Anomalien zu untersuchen. Hast du das vergessene Tal in letzter Zeit erkundet? Meine Instrumente haben dort eine Strömung, eine Störung angezeigt. Vielleicht haben diese seltsamen Puppen etwas damit zu tun. Mache ich. Danke, Merlin. Ich lüpfe meinen Hut. Euer hoffentliches vorziehe, ihn aufzulösen. Ja, vielen Dank. Also, die Puppen habe ich ja noch. Mittlerweile haben wir übrigens fünf, glaube ich. Dann schauen wir mal eben im vergessenen Land nach. Wobei ich da gestern war es, glaube ich, gewesen bin. Und ich muss dazu sagen, ich habe da jetzt keine weiteren Puppen oder irgendwas gesehen. Gut, es kann natürlich sein, dass da jetzt erst... Hat der vorher auch so rot geleuchtet da oben? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ansonsten... Oder muss ich die vielleicht im Inventar haben? Das kann natürlich auch sein. Ich gehe mal hier rein. Ach so, das war das. Ach ja. Stimmt. Hm. Du hast eine seltsame... Aber gut, wenn da steht, wo kann die Puppe hingehören, sollten wir die wahrscheinlich mitnehmen. Ich gehe dann doch mal eben hier vorne hin. Ich befürchte aber irgendwie so rein aus dem Gefühl heraus, dass wir das in dieser Folge wohl nicht mehr verstehen werden, was wir eigentlich... Ach Quatsch, wo laufe ich denn jetzt hin? Was wir eigentlich... Ach so, ich habe die Kiste hier im anderen. Ah, ich bin so blöd. Ja, und ich habe die... Oder habe ich die Püppchen? Nee, ich habe die noch hier drin. Winzig, aber zu gruselig, um niedlich zu sein. Mit einer Schlaufe an der Oberseite, als ob sie irgendwo aufhängen könnte. Aufhängen? Wir sollen die aufhängen? Ich kann das jetzt noch zehnmal sagen und verstehe es trotzdem nicht. Also, wir sollen es irgendwie aufhängen. Keine Ahnung wo oder warum. Kannst du uns da vielleicht mehr zu sagen? Du weißt doch, was hier so vor sich geht, oder? Hm. Wo sollte man die aufhängen? Und warum erzählt der hier von einer Anomalie? Weil er hat doch gesagt hier, oder? Das haben wir ja schon gemacht. Kann man da hoch? Äh, Moment. Das ist hier alles total... Da ist doch... Oh nee, es ist nur dieses... Dieses im Hintergrund, was ich glaube ich gesehen habe. Das ist schlimm, man hat hier überhaupt gar keinen Weg, wo man vernünftig rumlaufen kann. Aber zum Aufhängen sehe ich jetzt hier tatsächlich nichts. Hm. Das ist wieder nur das mit dem Boden. Ach, Mini, Mann, ich hatte gerade schon ernsthaft gedacht, dass du jetzt eventuell die Quest bist, die ich brauche. Ja, die Frage ist halt, wir haben natürlich noch nicht so viele gefunden. Wir haben vier Stück gefunden. Er sagt aber nur, du hast eine seltsame Puppe gefunden. Wo könnte sie hingehören? Mehr sagt er überhaupt nicht. Ich meine, er hat mir was erzählt hier von wegen vergessenes Land. War doch jetzt richtig, ne? Er hat doch gesagt, vergessenes Land. Oder bin ich ganz doof, irgendwie? Ich kann Sachen aufheben, aber ich kann hier nichts aufhängen. Warte, bleib mal stehen. Jaja. Jaja, ist okay. Magie. Ich habe gespürt, dass im vergessenen Land etwas passiert. Du solltest es untersuchen. Super, irgendwelche anderen Vorschläge? Es wird langsam unheimlich. Ich habe diese Puppe gefunden und es gibt mir eine Gänsehaut. Hast du das Tal durchsucht? Es muss noch mehr Matruschka-Puppen geben. Ah, also doch noch mehr. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Aha. Aha, aha, aha. Ja, aber ich bin extra schon mal ein paar Tage lang hier durchgelaufen und habe tatsächlich in erster Linie nur auf diese Puppen geachtet, habe aber keine mehr gefunden, weil ich habe mir dann so schön gedacht, okay, ich laufe jetzt hier ein bisschen in der Gegend rum, mache dann überall Screenshots davon, wo ich die gefunden habe. Da müssen wir das halt nicht extra noch zusammen machen und hier wild in der Gegend rumlaufen und, ne, so wie jetzt, wo ich das gerade erkläre. Oh, ein Osterei. Die habe ich übrigens auch gefunden, aber ich habe mehr Ostereier gefunden, als dass ich diese Matruschka-Puppen gefunden habe. Das war auch noch so toll. Ja, das Problem ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob man die alle auf einmal finden kann. Anscheinend ja nicht, weil ich bin wirklich mehr oder weniger jeden Zentimeter hier durchgelaufen und habe halt nichts gefunden. Teilweise. Also teilweise, es waren so zwei Tage hintereinander oder so. Da habe ich gar nichts gefunden. Achso, das war sie jetzt gerade. Einer hatte ich da noch gefunden. Da habe ich da noch extra noch Screenshots gemacht. Ich hoffe, dass das jetzt nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt hier alles umgemodelt habe, also alles schön gemacht habe, aber dürft ihr eigentlich nicht. Also, dass dann keine Pflanzen kommen oder so, dass dann hier nichts aufploppt, sage ich jetzt mal, und alles kaputt macht. Das ist noch die eine Sache, aber ich sage mal, diese Püppchen, die müssen ja dann trotzdem auf jeden Fall ja, noch da liegen, wo sie liegen oder wo sie liegen würden. Ich weiß auch nicht, ob man die eventuell ausbuddeln muss, aber bisher hatte ich es tatsächlich immer so, dass die halt wirklich einfach so auf der Straße gelegen haben oder halt so, auf dem Rasen oder so gelegen haben. Das ist aber echt unglücklich. Das muss ich mal relativ schnell wegmachen hier. Wie gesagt, ich hatte das nur zur Seite gestellt, damit es eben nicht stört. Tja, keine Ahnung. Also sollte ich noch mal irgendetwas finden, dann mache ich auf jeden Fall noch mal einen Screenshot davon. Ich werde auch jetzt definitiv noch mal einen Screenshot einblenden, wo ich die ganzen Puppen gefunden habe. Also bisher, weil es waren ja auch nur vier Stück, habe ich glaube ich gesagt. Und ja, ich denke mal, dass wir viel mehr tatsächlich gar nicht machen können für heute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht wisst oder jetzt eigene Erfahrungen, die ihr gemacht habt, ob ihr eine pro Tag höchstens gefunden habt oder ob ihr ja, lange Zeit vielleicht mal gar keine gefunden habt und dann später doch wieder. Also es würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil, wie gesagt, es ist halt doof, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit rumlaufe. Was ist das denn hier? Ja, hallo? Ist das eine Flaschenpost? Ist das eine Flaschenpost? Wieso kann ich die nicht benutzen? Hm. Das irritiert mich jetzt hier. Hatten wir die schon mal? Dass das irgendwie von einer alten Quest ist? Muss ich die... Moment, muss ich die irgendwie ausbuddeln oder so? Nee. Ja, angeln kann ich sie ja auch nicht, oder? Hm. Hier ist auch noch mal eine. Äh, okay. Also so langsam wird's kurios. Ich meine, ich kann mich da dran erinnern, dass wir mal was hatten mit einer Flaschenpost. Aber warum leuchtet die dann noch so? Also wenn das doch eine ältere wäre, wo wir jetzt quasi nichts mehr mit zu tun haben, warum sollte die dann leuchten? Das irritiert mich jetzt hier total. Naja, gut. Also ich werde auf jeden Fall hier noch ein bisschen weiter suchen. Ich blende euch, äh, jetzt gleich, wenn ich nicht mehr am reden bin, die stellen ein, wo ich die Püppchen bisher gefunden habe. Und, ja. Ich denke mal, dass ich jetzt verzweifeln werde. Sollte ich jetzt noch im Laufe, äh, der Zeit, wo ich hier rumlaufe, noch eine Puppe finden, werde ich davon natürlich auch noch ein Screenshot einblenden. Solltet ihr aber nicht mehr als diese vier angezeigt bekommen von mir, dann habe ich tatsächlich keine mehr gefunden und bin, ja, genauso verwirrt wie vorher auch schon. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Es tut mir leid, dass diese Folge heute so ein bisschen durcheinander ist irgendwie und wir so gar nichts geschafft haben so richtig. Aber in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall Gaston weiter, damit wir dann auch den Rest noch freischalten können. Da habe ich übrigens festgestellt, dass, äh, das Angebot von dem Fleisch, wo man so viel von kaufen kann, sich immer wieder ändert anscheinend. weil, ähm, ich hatte jetzt plötzlich das andere Fleisch als, ja, als dieses Angebot, was man nun endlich viel kaufen kann und das finde ich gut auf der, auf der einen Seite, auf der anderen Seite war das auch ein bisschen verwirrend, muss man dazu sagen. aber ich finde es auf jeden Fall gut, weil, dann hat man immer die Möglichkeit, auch die anderen Sachen mal in größeren Mengen zu kaufen, ne, man muss ja auch die neuen Rezepte dann machen und freischalten und, ja, wenn man das alles selber macht, dauert das halt seine Zeit beziehungsweise, äh, man braucht halt sehr viele Versuche. Wie gesagt, danke erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit einer regulären Folge wieder, wo wir dann die Gastron-Quest machen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal.